Zweite Liga, sechster Spieltag, lauter Klassiker, heute in der ausführlichen Besprechung. Paderborn gegen Hannover, ein Zweite Liga-Duell, wie es im Buche steht. Düsseldorf gegen Köln, der Rheinkracher vor dem Herden und natürlich Kaiserslautern, ASV, ein Duell. Spieltag, sechster in der zweiten Liga, hier sind die Wettfreunde großartig, dass ihr dabei seid. Und natürlich seid ihr dabei, der Jan ist es ja auch. Der Olli ebenso. Und die zweite Liga lässt sich ja wirklich nicht lumpen. Jan hat ja eben schon angedeutet, worum es so unter anderem oder im Wesentlichen bei dieser kleinen Veranstaltung geht. Ja, aber das ist ja wirklich nur ein kleiner Ausblick oder Einblick darin, was die Liga wieder zu bieten hat. Ja, wenn man nur schaut, unter anderem Magdeburg gegen den KSC, das tabellarche Top-Spiel, hat sich bei uns diesmal nur die Schnellrate runtergeschafft. Ja, einfach, weil es ja an allen Ecken und Enden brennt. Ja, und insofern warten wir gar nicht lange, sondern steigen gleich am Freitagabend ein mit dem Duell Paderborn gegen Hannover. Ja, Paderborn, siebter gegen fünfter, beide im Überhals und mit erweiterten Aufstiegschancen, sage ich mal. Kann passieren, muss aber nicht. Ja, Paderborn 3 zu 3 in Münster gespielt, das war ja wirklich wild. Da dachte ich, das schaffen die Paderborner dann auch irgendwie. Haben es gegen den Aufsteiger dann aber nicht so richtig auf die Kette gekriegt. Naja, war auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Partie mit sehr vielen weiten Einwürfen. Aber gut, ja. Hannover hat sich dann verdient 3 zu 1 gegen Kaiserslautern durchgesetzt zu Hause im Heimspiel. Und was können wir denn jetzt von den Hannover-Gadenern in Westfalen erwarten? Ja, geht es nach dem bisherigen Saisonverlauf dann nicht besonders viel. Wir haben ja in der Fremde noch gar nichts zustande gebracht. Zumindest, wenn man auf die Torerfolge blickt, ja, 0 zu 0 in Münster zum Auftakt oder beim ersten Auswärtsspiel. Danach 0 zu 1 in Düsseldorf. Und im Pokal sind es ja zwischendurch ja auch noch 0 zu 2 bei der drittklassigen Arminia rausgeflogen. Zu Hause alles Tutti, alle Heimspiele gewonnen. Jetzt auch gegen Kaiserslautern eine sehr schöne Reaktion gezeigt. Eben auf diese, ja, verdiente Niederlage in Düsseldorf. Ja, waren sie ja auch nicht hoffnungslos unterlegen. Aber es war schon eine bessere Fortuna, die dann eben auch verdient gewonnen hat. Ja, und insofern stellt sich natürlich die Frage, ob sie jetzt auch mal auswärts irgendwann den Bock umstoßen können und wenigstens mal ein Tor erzählen. Ja, und da kommen die Statistiken ins Spiel und die machen Hannover jetzt auch nicht besonders viel Hoffnung, muss man wirklich sagen. Ja, haben generell für, ja, wettbewerbsübergreifend noch nie an der Pader gewonnen und in der zweiten Liga sogar alle vier bisherigen Gastspiele verloren. Ja, 0 zu 1, 2 zu 4, 0 zu 3, 0 zu 1. Da haben wir sie wieder die Nullen, ja, drei von vier Gastspiele eben ohne eigenen Treffer absolviert. Und insofern kann es dann eben auch nicht verwundern, dass sich die Wettanbieter hier eher auf die Seite der Hausherren schlagen. Als 2,15 gibt es für den Heimseg eine 3,0 für den Auswärtssieg. Unentschieden hier doch relativ hoch mit 3,75 quotiert. Ja, vielleicht ein Fingerzeig da, wo man hier sitzen könnte. Ja, ich setze hier auf ein Unentschieden und zwar auf ein torreiches Unentschieden, auf ein 2 zu 2. Also wenn Paderborn schafft, drei Dinger gegen Münze zu fressen, dann fressen sie auch zwei gegen Hannover. Und ja, dass Hannover dort nicht gewinnen muss, kann in Marksfeld so sein. Aber ja, ich denke mal, dass dieser Unentschieden Münzer Paderborn vielleicht zu kleinen Dämpfer verpasst hat, da er hier ein munteres 2 zu 2 mit vielleicht ein paar Pannen. So, Kote von 12, ja, und man kann schon mal sich die Frage erlauben, wieso das Unentschieden hier so hoch quotiert ist. Ja, weil Paderborn hat ja offensichtlich Geschmack daran gefunden. Ja, also definitiv waren ja mit sechs Punkten sehr erfolgreich nach zwei Spielen die Saison gestartet, standen an der Tabellenspitze. Ja, aber seitdem ein bisschen abgerissen ein 1 zu 1 in Fürth, wo sie eigentlich besser waren und auch in Führung lagen und das eigentlich hätten gewinnen müssen. Gut, das ging noch. Ja, bei den heimstarken Franken kann man das mal akzeptieren, das 0 zu 0 zu Hause gegen Röhm. Ja, das war schon ein bisschen eine Enttäuschung. Ja, und dann das 3 zu 3 in Münster, wo sie dann zweimal die Führung abgegeben haben, das letzte Mal in der Nachspielzeit. Das ist jetzt nicht gerade im Stile einer Spitzenmannschaft, ja, und insofern komme ich ebenso wie du auch hier zu einem Unentschieden, ja. Ich weiß aber nicht, wie Hannover hier zwei Tore schießen soll, ja, in meinem Auswärtsspiel, ich habe es erwähnt. So komme ich zum 1 zu 1, ja, immerhin eine Premiere aus Sicht der Voten und ja, ein Zähler, mit dem letztendlich wahrscheinlich beide Mannschaften leben können. Für Paderborn ist es ein bisschen bitterer, ja, weil sie sich ja da den Traumstart weiter kaputt machen, aber die Quote von 7,5, es ist mir wert, mir hier wenige Freude an der Padel zu machen. No, naja, also können sicherlich beide Mannschaften gut mitleben, je nachdem, wie dieses... Ja, der Spielverlauf, hätten wir das wieder über den Haufen werfen, also von der Papierform. Ja, das Spielverlauf kann einiges über den Haufen werfen, das trifft auch auf den 1. FC Köln zu, völlig dominant zu Hause gegen Magdeburg gespielt und dann doch noch 2 zu 1 verloren, aktuell auf Platz 8. Jetzt müssen wir zum Spitzenreiter zur geliebten Fortuna nach Düsseldorf, Obde Schälzig, die haben 2 zu 0 in Berlin gewonnen. Berlin war gar nicht so schlecht, aber Kastenmeier hat seinen Kasten sauber gehalten, wirklich starke Leistung, auch Düsseldorf dennoch verdient gewonnen. Bin ich sehr gespannt, wie dieses doch feurige Duell ausgehen wird. Bin ich auch, ja, und Kastenmeier hat ja seinen Kasten nicht nur an der Spree sauber gehalten, sondern, ja, das ist eigentlich Standard. Ja, in vier der fünf bisherigen Saisonspielen zu 0 gespielt, das andere dann das übrige 2 zu 1 gegen Ulm gewonnen. In Ulm, ja, etwas speichelhaft, aber das soll die gute Saison-Performance nicht drüben, schon gar nicht die der Defensive, alle Achtung, ein Gegentor nach fünf Spielen. Damit kann man sich dann auch mal, ja, in das Prestigeduell mit den Geißböcken begeben. Trotzdem, leichte Außenseiterstellung für die in dieser Saison ja logischerweise noch ungeschlagenen Gastgeber mit einer 2,6. Ein Sieg der Domstädter bringt nämlich nur eine 2,5. Ja, feine minimale Unterschiede, aber doch eine interessante Tendenz der Wettanbieter, unentschiedene 3,6. Ja, und ein bisschen rätselhaft wird diese Einschätzung vermeintlich schon, wenn man auf den aktuellen Lauf der Düsseldorfer blickt, die ja letztes Mal in der zweiten Liga im Februar verloren haben, Anfang Februar. Ja, ja, und das ist immerhin schon 19 Zweitligaspiele inzwischen her. Ja, dann hatten sie ja zwischendurch auch nochmal in Bochum etwas deutlicher gewonnen. Das Rückspiel war dann nicht so glücklich, ja, also das heißt, die einzige Pleite in einem Pflichtspiel seither, wenn man mal vom DFB-Pokal absieht, die gab es ja dann vor heimlichem Publikum. Ist das denn jetzt stilprägend? Ja, stilprägend ist da vor allen Dingen meine Saisonprognose. Ich gehe davon aus, dass beide Karnevalsvereine direkt hochgehen werden in die 1. Bundesliga. Ich denke aber, dass Kastmaier da auch seinen zweiten Gegentreffer fressen wird. Dennoch halte ich Düsseldorf aktuell für stärker. Die Kölner Offensive allerdings auch nicht zu unterschätzen. Daher 2 zu 1 für die Fortuna. Zu einer Grote von 10, ja, und gewissermaßen würde das ja schon passen, weil, ja, die Kölner in der Defensive jetzt nicht solche Bombenzahlen vorlegen können wie die Fortuna. In 3 der 5 Partien haben sie ja 2 Gegentore kassiert, ja, gegen HSV, Elversberg und Magdeburg. Ja, dann gab es nochmal einmal ein Gegentor nur gegen Braunschweig bisher zu 0. Das war das überzeugende Heimspiel, was sie bisher abgeliefert haben. Die anderen beiden, ja, haben sie ja jeweils verloren. Und, ja, schon aberwitzig, ja, gegen HSV kann man auch sagen, gut, kann passieren. Waren sie zwar besser, hatten mehr Chancen, aber okay. Ja, aber gegen Magdeburg, das war ja schon, ja, sehr bemerkenswert. Ja, mit 27 Abschluss, ja, so teilweise, was da auf der Linie entlanggerollt ist, aber eben nicht über die Linie, ja, sowas, ja, sagt man dann schon, das ist sowas wie Unvermögen. Ja, aber in diesem Fall war es dann auch eben oft einfach nur Pech, ja, und auswärts klappt es eben kurioserweise bisher doch sehr viel besser, ja. Und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass, ja, an der Form gibt es ja nichts zu bemängeln. Wir schießen ja aus allen Rohren, nachdem sie sich gegen Braunschweig freigeschossen hatten, ja, dann auf Schalke völlig verdientermaßen gewonnen, ja. Oder, ja, Königsblauen sieht es vielleicht ein bisschen anders, aber aus meiner Sicht, auch wenn es mit Schiedsrichterglück etwas, ja, oder von Schiedsrichterglück begleitet wurde, doch eine sehr starke Vorstellung, haben eben vor allen Dingen offensiv aufgezeigt. Und es gibt nicht viele Mannschaften, denen ich zutraue, gegen Düsseldorfer oder diese Düsseldorfer Serie beenden zu können, ja, selbst in dieser ausgeglichenen Liga nicht. Den Kölnern traue ich es schon zu, hat mir hat es nicht zugetraut. Für meinen Unentschiedenheit war jeweils getippt, ja, das war ja noch zu konservativ, zu mutlos. Und den Mut zeige ich jetzt, indem ich hier wieder auf den Auswärtssieg gehe, ja, das war auch Schalke schon, hat das sehr gut funktioniert. Und das probiere ich jetzt wieder, 2 zu 1, also das umgekehrte Ergebnis mit der identischen Quote allerdings, auch hier gibt es die C. Ja, dann kocht der Wein, ja, hoffentlich kocht er euch über. Gucken wir mal, was Kaiserslautern gegen den HSV veranstalten werden. Der HSV hat sich da auch freigeschossen, von allen Sorgen, 5 zu 0 gegen Regensburg gewonnen. Das war sehr gut für das Ego, auch für die Spieler von der Ersatzbank. Da hat sich ja doch gezeigt, dass der HSV da auch immer noch was nachlegen kann, wenn man nur 2 zu 0 für hat. Na, egal, schöne Partie. Schön, dass der HSV dann doch wieder oben mitspielen möchte, aktuell auf Platz 4. Ja, Kaiserslautern 1 zu 3 in Hannover gewonnen, möchte man aber nicht abschreiben. Ich erwarte dort eine ganz tolle Partie, eine spannungsreiche Partie, wo es hin und her geht, wo sehr viele Halsadern anspielen werden von den Trainern. Freue ich mich drauf. Ja, was denkst du? Ja, ich denke natürlich auch, dass hier Vorfreude auf jeden Fall unbedingt angebracht ist. Ja, Tlinor Materska, zwei Spieltage zurück. Das letzte Heimspiel bisher vom 1. FC Kaiserslautern. Ein sehr ereignisreiches 3 zu 4 gegen die Berliner Hertha. Das erste Heimspiel der Saison 1 zu 2 gegen Fürth. Da war ja auch eine ganze Menge geboten. Damals mit einer erfolgreichen Aufholjagd der Roten Teufel. Das heißt, der Wahnsinn hat auf dem Betze auch in diesem Jahr wieder Hochkonjunktur. Ja, der HSV hat sich ja ganz gut in Stimmung geschossen. Schon mal um Schießenlauf auf dem letzten Berg fortsetzen zu können. Auf den schlechtesten Saisonstart bisher in der 2. Liga, den man ja nach drei Spieltagen konstatieren musste, haben sie ja zuletzt das 5 zu 0 gegen Regensburg. Davor schon ein auch sehr flottes 4 zu 1 gegen Münster abgeliefert. Natürlich beides Mannschaften, gegen die der HSV Zwingen gewinnen muss. Gegen die er in der Vergangenheit aber häufig eben, oder Spiele, die er eben in der Vergangenheit häufig nicht gezogen hat. Ja, die glücklichen Aufsteiger. Wie viele Punkte haben die Hamburger dann in den letzten Jahren liegen lassen? Ja, jetzt ganz souverän unter Steffen Baumgart. Ja, und damit verdient man sich dann auch mal auf dem, ja, beim schweren Gang auf den Betze durchaus eine leichte Favoritenstellung mit einer 2,2. Unentschieden 3,7 Heimquote für die Roten Teufel in 2,9. Ja, da gehe ich mit und ich erwarte mir auch viele Tore. Ach ja auch, wenn wir das Dechner vom jetzt, wo er dann wieder fit ist, meine ich, trifft er dann auch gleich wieder, meine ich gleich übertreiben, ja. Und wenn es nicht mit dem Teufel zugeht, sollte der HSV dort 3 zu 2 gewinnen. Ja, das ist dann meine Ansage. Eine Quote von 19 gibt es dafür. Und vom Spektakelfaktor gehe ich da auf jeden Fall mit, ja, und lege gegebenenfalls noch einen rauf. Ja, es gibt ja hier viele Wetten in Sachen Tore, die sich hier durchaus lohnen. So ein Highlight, was ich mir rausgesucht habe, beide Mannschaften treffen in beiden Halbzeiten, ja. So war es ja beim 4 zu 3 Sieg der Hertha vor zwei oder drei Wochen der Fall, ja, beim letzten Heimspiel der Roten Teufel. So war es aber auch beim letzten Heimspiel der Roten Teufel gegen den HSV der Fall. Damals endete es 3 zu 3 nach einer 2 zu 1 Pausenführung der Rothosen, ja, und, ja, das wird meine Quote des Wochenendes, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es wieder 3 zu 3 endet, eine Quote von 29, ja, extrem hoch quotiert. Dabei ist das ja absoluter Alltag, in der Pfalz, ja, dass die Spiele so enden, 3 zu 2, 3 zu 3, also da kann man durchaus mal experimentieren. Ja, und wenn man so einen leichten Verfreten hat wie der Jan, dann kann man das natürlich auch gern noch mit einem 3-Wege-Tipp kombinieren. Können wir so machen, ja. Und 1, 2, 3-Wege-Tipp sehen wir auch gleich in der Schneidebadrunde. Die Schneidebadrunde zum 6. Zweitligaspieltag beginnt mit Schalke gegen Darmstadt. Ja, Darmstadt hat immer mal ein Pünktchen geholt, in Braunschweig natürlich auch ein bisschen zu wenig, nein, gegen Braunschweig, Schalke 0 zu 2 in Karlsruhe verloren, da entsteht auch keine Fanfreundschaft mehr. Ja, aber was für die schwächenden Darmstadt, da sollte es auch für S04 reichen, einen 1-Sieg-1-Fahr. Ja, zur Quote von knapp 1,9, unentschiedene 3,8, Auswärtsquote 3,7. Die Stimmung natürlich an beiden Städtenorten nicht gerade goldig. Ausbaufähig. Ja, Schalke nach dem Traumstart gegen Braunschweig nur noch einen von 12 Punkten geholt, ja, das hatte man sich natürlich anders vorgestellt. Neubere Band schon um den Trainer, ja, und Darmstadt noch sieglos. Die haben ja schon gewechselt. Kohfeldt jetzt auch nicht gerade mit einem, ja, glorreichen Debüt am Ende noch den möglichen Sieg weggeschmissen. Ich schätze Schalke hier etwas stärker ein, ja, den Lilling, auch wenn es im leichten Aufwärtstrend war, dann zuletzt, ja, den fällt einfach zu wenig ein. Und, ja, wenn was bei Schalke ging, dann waren es ja noch am ehesten die Heimspiele zuletzt mal verloren gegen Köln. Jetzt ist ein Dreier an der Reihe, ja, knappe Heimssieg. Ja, denke ich auch, denke ich auch. Nürnberg gegen Hertha, der Elfte empfängt in Tabellen, neunten Jahr. Hertha gut gespielt, aber doch verloren gegen Spitzenreiter Düsseldorf. Jetzt muss die Hertha auswärts ran in Nürnberg. Die 2 zu 1 in Ulm gewonnen haben, Erfolgserlebnis für die Elf von Miroslav Klose. Bin ich mir sehr unentschieden, wie das jetzt ausgeht, daher tippe ich hier auch auf null entschieden. Zur Quote von 3,6, ja, die Hertha wird knapp vorne gesehen mit einer 2,3 im Vergleich zu einer, ja, knappen 2,9 für einen Nürnberger Heimsieg. Ja, Hertha zu Hause klappt es nicht so richtig mehr. Zwei Heimniederlagen schon kassiert, vor Düsseldorf waren sie schon gegen Paderborn, leer ausgegangen. Auswärts da doch erfolgreich, ein verdienter Punkt beim HSV, wenn auch spät eingefahren, dann diese, ja, Torgale auf dem Betzenberg, das 4 zu 3. Und ja, der Nürnberg, mich doch eher enttäuscht bisher, ja, auch wenn es eine sehr junge Mannschaft ist, auch gegen Ulm, ja, vor allem mit sehr viel Glück und sehr, sehr spät gewonnen, bin ich hier wieder auf dem Auswärtssieg für die Berliner Hertha, ja, die muss ihre Punkte, die ist ja in der Fremde holen. Ja, immerhin Punkte sind Punkte, das sagt man sich auch in Magdeburg, aber schauen wir doch erstmal auf die Partie. Braunschweig gegen Fürth, Braunschweig nach der Leistungssteigerung jetzt mit dem ersten Punktgewinn in Darmstadt, immer noch letzter, naja, was will man machen, Fürth, 0 zu 0 gegen Elversberg gespielt, da war eigentlich auch ein bisschen mehr drin und ich denke, wenn Fürth sich jetzt steigert, können sie auch in Braunschweig gewinnen. Daher im Auswärtssieg Fürth. Und das im Duell sieglos gegen Ungeschlagen, ja, setzt man natürlich auf die Ungeschlagenen, trotzdem kurioserweise beide Mannschaften mit identischen Quoten ausgestattet. Hierbei ist ein 2,55 für ein Heim- und für einen Auswärtssieg, unentschiedene 3,6, ja, Braunschweig ja auf dem letzten Drück auf dem Transfermarkt nochmal richtig zugelangt, ja, Offensive, zentrales Mittelfeld und so weiter und wurde ja prompt mit dem ersten Punktgewinn belohnt. Vor allen Dingen haben sie sich aber defensiv ja stabilisiert, in den letzten beiden Partien drei Tore zusammengenommen, kassiert, ja, insgesamt sind es ja schon 16, das heißt, ja, am Anfang ging es ja in den ersten drei Spielen ganz, ganz bitterlos, ja, die schlechten Quoten für Fürth oder die hohen Quoten zeigen schon an, dass es auswärts meistens nicht ganz so erfolgreich ist für die Spielvereinigung, insofern nehme ich hier das Unentschieden. Nimmst du das Unentschieden? Ja, wenn Braunschweig da irgendwie an der Leistungssteigerung weiterarbeiten kann. Elversberg gegen Ulm, ja, da bin ich ein bisschen fantasielos, sollte Elversberg linnen. Zur Quote von reichlich 1,9, Unentschieden eine 3,5-Auswertquote für Ulm eine 3,7, ja, und Ulm bleibt dabei, ja, dass sie, ja, optimale Spielverläufe nicht in Punkte ummünzen können, am Ende dann immer gern noch verlieren, so stehen sie weiterhin bei einem Punkt, ja, da wirkt Elversberg mit der einjährigen Erfahrung, ja, im verflixten zweiten Jahr vermeintlich sehr viel abgeklärt hat, erfolgreiche, bis jetzt habe ich noch kein enttäuschendes Spiel von der Spielvereinigung gesehen, ja, auch die einzige Niederlage, das 2-3 beim KSC war sehr, sehr ordentlich, jetzt das jüngste 0-0 in Fürth sowieso, ja, richtig stark, und da reicht es natürlich dann auch für einen Sieg gegen den Liga-Neuling. Ja, schön. Kommen wir mal zum absoluten Topspiel des Tages in der Schnellrate-Runde. Der 1. FC Magdeburg empfängt den Karlsruher SC. Dritter gegen Zweiter, man höre uns dauernd hier, dieser unglaubliche Sieg in Köln hat dem Magdeburger Punktokon natürlich sehr gut getan, der KSC mit dem zweiten Mal Erfolg gegen Schalke weiternehmen soll, und da sage ich mir, wer in Köln gewinnen kann, kann auch zu Hause gegen Karlsruher gewinnen, daher ein Sieg Magdeburg. Zur Quote von 2,62, unentschieden 3,6, KSC mit 2,45, ja, beide Teams noch ungeschlagen, ja, und Magdeburg aber vor allen Dingen auswärts eben, ja, stark, vielleicht nicht immer erfolgreich, auf jeden Fall zu Hause. Bisher zwei Unentschieden gegen Elfersberg und Schalke, jeweils, ja, Punkte Teilung, und das passt auch zur bisherigen Heimbilanz in der zweiten Liga gegen den KSC, zweimal haben sie die Wildpark-Jungs empfangen, beide Male ging es 1-1 aus, letzte Duell war dann nicht so erfolgreich, der KSC hat zu Hause üble Drache genommen, 7-0 gewonnen im Frühjahr, ja, gegen die Bördestädter, aber, ja, unentschieden ist es auf jeden Fall, drin für die Magdeburger, das ist, ja, müssen sie nicht verlieren, wenn sie es vielleicht auch nicht gewinnen, aus meiner Sicht. Ja, 4,8, ja, ein Sieg ist auch mal fällig, denke ich, Regensburg gegen Münster, da ist weder ein Sieg noch eine Niederlage fällig, ich tippe hier auf ein langweiliges Unentschieden, 14, da gegen 15. Ja, was für ein Aufsteiger-Duell im Tabellenkeller, unentschieden, 3,5, ja, Regensburg favorisiert mit einer 2,37, Münster eine 2,8, und natürlich ist der Jan favorisiert, ist ja der einzige Aufsteiger, der in dieser Saison schon mal gewinnen konnte, ja, und zwar im anderen möglichen Aufsteiger-Duell gegen Ulm hatten sie sich ja knapp mit 1-0 durchgesetzt, zuletzt neigten sie dann dazu, sich böse abschießen zu lassen, 0-2 gegen die Hertha, das war noch ordentlich, dann das 0-4 gegen Fürth, 0-5 beim HSV, der Trend ist nicht gerade der Freund der Oberbayern in diesem Fall, ja, aber gegen Münster traue ich ihnen jetzt die Trendwende zu, ja, die Favoritenstellung scheint mir berechtigt zu sein, eine Quote von deutlich über 2, ist interessant, ich nehme ja den Heimsieg. Ist auch möglich, ja, und was alles? Müssen bloß die Kopfwelle der Münsteraner verhindern, ja, das ist halt ihre einzige Waffe. Ja, und die Einwürfe offenbar, das ist ja dauernd nicht, was sie da haben. Ja, das stimmt, das ist, die Isländer der 2. Liga. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, dann freuen wir uns auf eure Einwürfe unter diesem Video, sind wir dann sehr gespannt, wie ihr diesen Spieltag tippt, lasst uns das gerne wissen und dann sehen wir uns auch mal wieder. Ja, Jan, der Wortakrobat, der unsere kleinen Ausführungen wunderbar mit Fußballvokabular vermengen kann, freuen wir uns sehr, dass wir ihn haben, ja, und dann auch in der kommenden Woche wieder, wenn es ja dann wieder an allen Horten und Fronten zur Sache geht. Ja, ich bin sicher, ihr seid dabei, genießt erstmal mit uns zusammen das 2. Liga-Wochenende, scheut nicht die Mühe, uns eure Tipps zu geben, würde uns sehr freuen, und bis dahin, habt eine gute Zeit.